Misfit hat gerade eben seine neue Smartwatch, die Vapor 2, vorgestellt und in diesem Video gebe ich euch alle wichtigen Informationen, die ihr wissen müsst. Viel Spaß! Zuallererst möchte ich auf die Unterschiede zum Vorgänger eingehen und die da wären einmal ein eigenes GPS, also unabhängig vom Smartphone, dann noch NFC, zum Beispiel für Google Pay, was ja vor ein paar Monaten in Deutschland gestartet ist. Und jetzt könnt ihr auch noch aus zwei Gehäusegrößen auswählen, also einmal 41mm und dann noch 46mm und insgesamt gibt es 8 Farben bzw. Armbänder. Das Design der Uhr erscheint mir auf den Bildern sehr minimalistisch und elegant, allerdings aber auch ein bisschen dick, aber dazu muss ich die Uhr nochmal im echten Leben gesehen haben, um dann letztendlich über die Dicke urteilen zu können. Beide Versionen haben außerdem ein Amulet-Penel mit 328 ppi, also die Schärfe sollte da nicht zum Problem werden. Dann ist ganz normal ein Herzfrequenzmesser verbaut und beide Versionen sind jetzt komplett schwimmfest. Natürlich ist auch hier der Google Assistant mit einem Mikrofon verbaut und dann noch Googles Wear OS mit sehr individuell anpassbaren Watchfaces, also da kann man zum Beispiel die Farbe, die Hintergrundfarbe und den Fond und die Form einstellen. Und das ganze System wird gepowert von einem Qualcomm Snapdragon 2100 Wear und 4 GB Speicher für eure persönlichen Daten und dann natürlich noch WLAN und Bluetooth. Also ich denke, das System wird dann auch relativ flott performen. Insgesamt habt ihr also gesehen, dass die Misfit Vapor 2 technisch zumindest sehr, sehr ähnlich zur aktuellen Version der Fossiluhren ist, was aber auch klar ist, da das ein Tochterunternehmen ist. Und ich hoffe, euch haben diese Informationen jetzt gefallen, direkt nach dem Release und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss! Tschüss! Tschüss!